Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. UFC 265 ist vorbei. Cyril Ghan ist der neue Champion im UFC Heavyweight. Interims Champion zumindest. Hier gibt es die Review. Viel Spaß dabei. Lasst Farb aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, UFC 265 war ein grundsolider Pay-Per-View. War wirklich gut. Also Yadong gegen Kenny war gut. Es war eine Split-Decision. Es war keine Robbery in meinen Augen. Wie gesagt, Robbery bedeutet in meinen Augen immer, der Kämpfer hat es nicht verdient zu gewinnen. Aber Yadong hat es definitiv verdient. Und ja, es war ein knapper Fight. Sowas kann passieren. Dann springen wir auch gleich mal rüber. Vicente Luque gegen Michael Chiesa. Das war doch ein sehr spannender Fight. Denn eigentlich lief der Kampf für Chiesa so, wie er ihn haben wollte. Er hat den Kampf kontrolliert, hat ihn zu Boden gebracht. Chiesa in der Top-Mount. Aber Michael Chiesa hat einen fatalen Fehler gemacht. Und durch diesen fatalen Fehler hat er im Endeffekt diesen Kampf verloren. Also beide waren auf dem Boden. Dann hat die Position gewechselt. Michael Chiesa wollte aufstehen. Beim Versuch aufzustehen hat er seinen Hals freigegeben. Da hat Vicente Luque seine Chance gesehen und hat einen Darst-Joke angesetzt. Und hat dann Michael Chiesa nach drei Minuten zum Tappen gebracht. In der ersten Runde war der Fight vorbei. Co-Man-Event. José Aldo gegen Pedro Munoz. Geiler Fight. Top-Action von beiden. Beide haben 15 Minuten lang Gas gegeben. Keiner von beiden wurde müde. Aldo zeigt mal wieder, dass er einfach in das Bantam-Gewicht gehört. Und er sieht auch wirklich gut aus. Also was Aldo da teilweise für Kombinationen geschlagen hat. Ja, wirklich schnell. Effektiv. Wirklich geil. Also was Aldo da gegen Pedro Munoz gezeigt hat, war super gut. 30 zu 27 hat er gewonnen. Ich denke, die erste Runde war so ein Zwischending. Pedro Munoz sah in der ersten Runde nicht übel aus. Später kam Aldo dann aber mit starken Knien zum Körper, mit starken Schlägen zum Körper. Und allgemein war José Aldo in diesem Kampf einfach der Bessere. Hat damit verdient gewonnen. Aldo will jetzt einen Fight gegen TJ Dillashaw. Das wird, denke ich, nicht passieren. Ich denke, wir sehen Dillashaw gegen den Sieger aus Jahn vs. Sterling. Vielleicht sehen wir Aldo aber gegen den Verlierer aus Jahn gegen Sterling. Oder wir sehen Aldo gegen Corey St. Hagen. Ich weiß nicht. Also es kann aber auch sein, dass wir sehen Ende des Jahres Jahn gegen Sterling 2. Je nachdem, wie der Kampf verläuft, muss der Champion noch eine längere Zeit pausieren. Das heißt, vielleicht sehen wir erst in einem Jahr wieder dann den Champion im Bantamweight kämpfen. Vielleicht ist das TJ Dillashaw zu lang. Vielleicht will er jetzt aktiv bleiben nach seiner Doping-Sperre. Und dann ergibt ein Fight gegen Aldo natürlich Sinn. Ich denke, Aldo hat sich mit diesem Fight auf jeden Fall wieder ganz nach oben gebracht. Rauf zum Titel-Contender. Zumindest zum Titel-Contender-Fight. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht denke, dass es bei Aldo nochmal für den Gürtel reicht. Und dann springen wir auch zum Main-Event. Derrick Lewis in Houston, Texas gegen Cyril Ghan. Ja, also es war halt ein Fight von Lewis, wie man ihn leider erwartet hat. Lewis weniger Schläge getroffen als gegen Francis Ngannou. Und das hat schon was zu bedeuten. Also Lewis, seine Performance war eine Nullnummer. Knapp fünf Schläge pro Runde. Das ist ein Schlag pro Minute. Das ist sehr, sehr wenig. 16 zu 98 Significant Strikes. Das ist schon heftig. Cyril Ghan hat diesen Fight super stark kontrolliert. Superstarke Leg-Kicks auch. Viel mit Kicks gearbeitet. Dann auch Kicks zum Kopf, zum Körper. Aber schön geblockt. Also Cyril Ghan konnte auch die Uppercuts von einem Derrick Lewis blocken. Cyril Ghan hat sich da top vorbereitet. Hat einen super starken Gameplan. Und dementsprechend ist er verdient. Der neue Champion im UFC Heavyweight. Jetzt steht der Fight gegen Francis Ngannou an. Ich denke, das wird ein sehr spannendes Ding. Cyril Ghan ist technisch einer der besten, wenn nicht der beste Kämpfer im Heavyweight. Aber Ngannou hat in seinem Rematch gegen Stipe gezeigt, dass er auch nicht nur dieser Knockout-Puncher ist, sondern auch mal auf einen Takedown geht und einen Takedown abwehren kann. Und, dass er auch ein technisch besserer Boxer geworden ist. Ghan gegen Ngannou wird richtig geil, wird richtig spannend. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr UFC 265? Folgt Willow MMA auf Instagram. Damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.